Das gesamte etablierte System ist darauf ausgerichtet, dein Bewusstsein so niedrig wie möglich zu halten. Dich in den niedrigen Frequenzbereichen zu halten, damit du kontrollierbar bist. Damit sie dich nutzen können, um ihre Ziele zu manifestieren. Denn wenn du dein Bewusstsein erhöhst, wenn du dein Bewusstsein frei machst, bist du nicht mehr in der Lage, kontrolliert zu werden. Du bist freies Bewusstsein und dieses freie Bewusstsein wird sich dann auch in einem freien Leben manifestieren. Vielleicht fragst du dich, warum du die ganze Zeit so verwirrt bist, warum du die ganze Zeit negative Gedanken erfährst, warum du gar nicht weißt, in welche Richtung du dich bewegen möchtest. Sehr wahrscheinlich liegt das daran, dass dein Bewusstsein vergiftet ist. Und zwar gibt es viele unterschiedliche Sachen, die darauf abzielen, dein Bewusstsein zu vergiften bzw. deine Schwingung so niedrig wie möglich zu halten. Es ist nicht deine Schuld, dass du diese Sache erfährst. Es ist alles gezielt darauf ausgerichtet, dich in diesem Zustand zu halten. Du kannst es ungefähr damit vergleichen wie mit einer Pflanze. Wenn eine Pflanze nicht wächst, weil sie in nicht idealen Umständen aufwächst, ist nicht die Pflanze schuld daran, sondern die Umstände. Wenn du die Pflanze allerdings in eine andere Umgebung tust, wo sie genug Wasser und Sonne kriegt, floriert die Pflanze. Und genauso ist es auch mit dem Menschen. Sobald du diese Bewusstseinsgifte aus deinem Leben entfernst, wird sich dein Leben so drastisch und so schnell verändern, wie du es dir niemals hättest vorstellen können. Wenn du diese Gifte allerdings nicht aus deinem Leben entfernst, wird dein Bewusstsein die ganze Zeit gedrosselt werden und du wirst in einem Zustand der Verwirrung verharren und dich weiterhin im Kreis drehen. Deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was unterschiedliche Gifte bzw. Mechanismen sind, die dein Bewusstsein runterdrücken, dich in diesen niedrigen Frequenzen halten und was du tun kannst, um eben dein Bewusstsein zu erhöhen, indem du diese Sachen aus deinem Leben entfernst. Und der erste Punkt ist etwas, womit ganz besonders die Leute am Anfang ihrer spirituellen Reise enorme Probleme haben. Und zwar ihr Umfeld, die Menschen, mit denen sie sich umgeben. Die fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, so wirst du auch sein. Wenn deine Familie, wenn deine Freunde, wenn dein ganzes Umfeld ein niedriges Bewusstsein hat, absolute Mangelglaubenssätze hat, werden diese Sachen auch dich auf unterbewusster Ebene beeinflussen und zurückhalten. Vielleicht hast du schon mal Zeit mit jemandem verbracht, der auf einer höheren Frequenz ist, der eine höhere Schwingung hat und du wirst dich danach so erhoben fühlen. Du wirst plötzlich Möglichkeiten wahrnehmen, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast, weil diese Person einfach deine Frequenz hochzieht. Wenn du dich allerdings die ganze Zeit mit Leuten umgibst, die dich die ganze Zeit nur runterziehen, die nicht an dich glauben, die dir nur sagen, oh, lebe doch ein normales Leben. Oh, wer bist du schon zu glauben, dass du das oder das erreichen kannst? Dann wirst du logischerweise auch an dir zweifeln und diese ganzen negativen, dich zurückhaltenden Gedanken werden sich weiterhin in deinem Leben manifestieren. Ich habe eine lange Zeit komplett isoliert gelebt. Ich habe mich mit niemandem getroffen. Ich habe mit niemandem Zeit verbracht. Und in dieser Zeit bin ich enorm gewachsen. Ich hatte nur einen einzigen Freund, mit dem ich regelmäßig Zeit verbracht habe, der auch auf dieser Frequenz war. Und das war immer die beste Zeit des Tages. Denn wenn zwei gleiche Frequenzen sich treffen, kommt es zu einer konstruktiven Interferenz. Das heißt, wenn zwei gleiche Schwingungen sich treffen, addieren sie sich zu einer doppelt so großen Schwingung. Deswegen ist es so mächtig, sich mit Leuten zu umgeben, die auf einer ähnlichen Frequenz sind wie du. Das Leben ist ein Teamsport. Das Leben ist nicht da, um komplett isoliert zu leben. Du solltest natürlich versuchen, so gut wie möglich den Leuten aus dem Weg zu gehen, die dich runterziehen und versuchen, dich da zu halten, wo du bist. Allerdings solltest du versuchen, dich mit Leuten zu umgeben, die auch versuchen, ihr Leben zu verbessern, die positiv denken, die optimistisch sind, die sehen, welche Fülle im Universum herrscht. Denn dadurch kommt es dann zu dieser positiven Interferenz. Eure Frequenzen addieren sich zu einer noch höheren Frequenz. Und wenn du dich allerdings nur mit Leuten umgibst, die eine niedrige Frequenz haben, die dich nur dazu bewegen, feiern zu gehen, Alkohol zu trinken, Videospiele zu spielen, was auch immer, dann wird dich das auch beeinflussen, bloß auf negative Art und Weise. Und es ist für viele Leute, gerade diejenigen, die ein großes Herz haben und allen helfen wollen, sehr, sehr schwierig, diese Leute hinter sich zu lassen. Denn du möchtest den Leuten ja helfen. Du möchtest ja, dass sie auch wachsen. Du möchtest sie inspirieren. Aber am Ende schadest du dir damit nur selber und den anderen hilfst du überhaupt nicht. Es ist viel leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ganz besonders, wenn diese Person nicht nach oben möchte. Und die meisten Leute wollen nicht nach oben. Die meisten Leute wollen nicht wachsen. Deswegen, auch wenn es deine Familie ist, wenn es deine alten Freunde sind, lass sie erstmal für eine Weile los. Nimm dir die Zeit zu wachsen. Und wenn du dann gewachsen bist, wenn du dann mehr Energie frei hast, dann kannst du zurückkommen und das, was du an überschüssiger Energie oder Geld oder was auch immer eben gewonnen hast, dann nutzen, um deinem Umfeld zu helfen. Aber wenn du noch nicht in dieser Situation bist, solltest du dich erstmal von diesem Umfeld entfernen, dich mit Leuten zu umgeben, die eben positiv sind, die dich hochziehen, indem du zum Beispiel Online-Masterminds beitrittst oder auf Seminare gehst oder eben an Orte dich bewegst, wo eben ähnlich denkende Leute sind oder zumindest dich nicht mehr mit diesen Leuten umgibst, die dich runterziehen. runterziehen. Denn wie kannst du erwarten, dass hochfrequente Leute in deinem Leben auftauchen, wenn du noch festhältst an niedrigfrequenten Leuten? Ich will damit nicht sagen, dass der eine besser oder der andere schlechter ist, sondern der eine hat halt einfach ein anderes Bewusstsein als der andere. Und wenn es dein Ziel ist, dein Bewusstsein zu erhöhen, dann solltest du logischerweise dich auch mit Leuten umgeben, die auch ein höheres Bewusstsein haben oder zumindest das Ziel haben, mehr aus ihrem Leben zu machen. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern nur, was ist deine Vision und ist das, was du machst und die Dinge, mit denen du dich umgibst, in Einklang mit dieser Vision oder eben nicht. Und heutzutage passe ich sehr auf, wem ich meine Aufmerksamkeit und meine Energie gebe. Denn ich stehe an erster Stelle und du solltest auch für dich immer an erster Stelle stehen. Wenn du deine Energie nicht bewusst einsetzt, wenn du sie nicht schützt, werden andere Leute dir nur deine Energie rauben und dann wirst du nichts mehr haben, um geben zu können. Deswegen solltest du in gewisser Weise egoistisch sein, erstmal dir die Zeit für dich nehmen und wenn du dann einen Überschuss an Energie hast, dann kannst du geben. Dann kannst du anderen Leuten helfen. Aber du musst erstmal dich selber retten, bevor du anderen Leuten helfen kannst. Genauso wie es immer im Flugzeug gesagt wird, als erstes ziehst du deine eigene Sauerstoffmaske an, bevor du anderen Leuten hilfst, ihre Maske anzuziehen. Deswegen lass am besten all die Leute, die dich zurückhalten, hinter dir, auch wenn es vielleicht erstmal hart sein mag. Aber solange du an diesen niedrigfrequenten Sachen festhältst, können logischerweise keine besseren Sachen in deinem Leben auftauchen. Da erstmal noch gar kein Platz dafür da ist. So und der nächste Punkt, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, sind die Informationen, die du auf täglicher Basis konsumierst. Alles, was du in dein Bewusstsein reinlässt, wird dein Bewusstsein auf eine Art und Weise beeinflussen. Wenn du die ganze Zeit negative Informationen über die Welt, die Menschen, die Umgebung, in der du dich befindest und so weiter aufnimmst, wird dein Weltbild dadurch geformt werden. Und das wird auch einen Einfluss auf dein Bewusstsein haben. Deswegen, Social Media. Schau, welche Sachen du auf Social Media konsumierst und vor allem, wie viel du konsumierst. Es gibt auch sehr, sehr gute Inhalte auf Social Media, aber es gibt sehr, sehr viele Inhalte, die nur darauf ausgerichtet sind, dein Bewusstsein zu drosseln, indem man versucht, dich aufzuregen, indem man versucht, dich abzulenken, indem man versucht, dich eben auf die komplett falschen Dinge zu lenken. Und ich sehe, welche Videos viele von meinen Zuschauern schauen und ich sehe, dass da sehr, sehr viele Politikvideos dabei sind. Und ich frage mich nur, Leute, warum tut ihr euch das an? Haben diese Informationen einen positiven Einfluss auf dein Leben? Tun sie dir wirklich gut? Oder regst du dich am Ende einfach nur auf über das, was die da oben machen? Am Ende ist das genau das Spiel, was sie spielen. Ob du dafür bist oder dagegen bist, was die machen, spielt keine Rolle. in beiden Fällen gibst du ihnen deine Energie. Du regst dich zwar darüber auf, aber energetisch gesehen sagst du, hier, nimmt meine Energie, ich liebe euch, nimmt meine Energie. Das tut ihr am Ende, wenn ihr sagt, oh, die Politiker sind alle, was auch immer und so weiter und so weiter. Und sobald ihr aufhört, eure Energie da reinzustecken und die Energie in das reinsteckt, was ihr erfahren möchtet, anstatt die ganze Zeit gegen das anzukämpfen, was ihr nicht möchtet, dann wird das auch keinen Einfluss mehr auf euch haben. Die haben keinen Einfluss auf euch, wenn sie euch bewusstseinstechnisch nicht kriegen. Das ist genau das Spiel, was sie spielen. Deswegen auch die Nachrichten. Die Nachrichten sind überwiegend negativ. Es gibt immer irgendeine negative Geschichte, die erzählt wird, immer irgendein negatives Narrativ und logischerweise haben die meisten Leute dann Angst. Sie fürchten sich, denken, die Welt geht unter, was auch immer. Aber wenn ich aus dem Fenster schaue, gutes Wetter, alles schön, die Leute sind glücklich, das ist alles nur da, um dein Bewusstsein niedrig zu halten, um dich in diesen niedrigen Frequenzbereichen zu halten, um dich weiterhin zu kontrollieren. So kontrollieren sie die Menschen auf Bewusstseinsebene und dann manifestiert es sich physisch in ihrem Leben. Deswegen schau ganz genau, welche Informationen du in dich einlässt. Lass nur positive Informationen ein, positive Informationen der Fülle, die dich inspirieren. Wenn du allerdings die ganze Zeit in der Angst verharrst und dich eben nur mit diesen ganzen negativen Sachen beschäftigst, ob du eben dafür bist oder dagegen, wie gesagt, spielt keine Rolle, dann wird es sich auch in deinem Leben manifestieren. Anstatt dich auf das Problem zu fokussieren, fokussier dich lieber auf das, was du erfahren möchtest. Gib die Energie nicht ab an die. Steck deine Energie in das rein, was du erschaffen möchtest. Wie gesagt, sie spielen nur ein Spiel mit uns. Deswegen mach eine Art mentale Diät. Lass diese ganzen Sachen nicht in dein Bewusstsein. Hüte dein Bewusstsein. All die Informationen, die du reinlässt, werden dich auf unterbewusster Ebene beeinflussen. Umgib dich mit Leuten, die dich inspirieren und dich aufbauen und konsumier Informationen, die dich inspirieren und dich aufbauen. Frag dich immer, würde mein ideales Selbst sich mit diesen Leuten treffen? Würde mein ideales Selbst diese Informationen konsumieren? Sehr wahrscheinlich nicht. Deswegen lass all diese Sachen raus aus deinem Leben. Sie dienen nicht deiner Vision. So der nächste Punkt sind all die Sachen, die du physisch in deinen Körper aufnimmst. Das Wasser, was du trinkst. Die Lebensmittel, die du konsumierst und so weiter. Und der größte Feind ist das Fluorid. Das Fluorid verkalkt deine Zirbeldrüse. Wenn deine Zirbeldrüse verkalkt ist, wirst du nicht so viel intuitives Wissen erhalten können. Wirst du nicht so einen starken Zugriff auf deine innere Führung haben und dementsprechend bist du gefangen in dieser physischen Welt. Um dich allerdings frei davon zu machen, musst du Zugriff haben auf das Unendliche, auf das Feld, wo die ganzen Informationen drin sind, die du erfahren möchtest. Wenn du deine Zirbeldrüse entkalkst, wenn du aufhörst, das ganze Fluorid zu konsumieren, wirst du plötzlich Sachen einfach wissen. Du wirst fühlen, hey, das ist das, was ich tun sollte. Es wird plötzlich Klarheit in deinem Leben auftauchen, weil dein Bewusstsein eben nicht mehr so sehr getrübt wird dadurch. Und Fluorid ist etwas, was häufig im Wasser drin ist, vor allem im Leitungswasser, das solltest du auf jeden Fall meinten, und in der Zahnpasta. Zufälligerweise ist es in den Sachen drin, die jeder irgendwie konsumieren muss. Deswegen schau darauf, welches Wasser du konsumierst und kauf dir eine Zahnpasta ohne Fluorid. Und was das Wasser angeht, schau, dass du wirklich qualitatives Wasser kaufst mit wenig Fluorid drin. Auf gar keinen Fall Leitungswasser trinken, dort sind auch noch Pestizide, Medikamenten, Rückstände, Hormone und all das ganze Zeug drin, was deinen Körper wirklich vollkommen durcheinander bringt. Also das solltest du auf gar keinen Fall trinken. Die Laurethana-Quelle ist zum Beispiel sehr, sehr gutes Wasser. Das kann man in Glasflaschen kaufen. Oder was ich hauptsächlich getrunken habe, war die Bad-Pyrmonta-Quelle. Die ist allerdings eher nur in der NRW-Region verfügbar. Da musst du einfach mal selber schauen, welches Wasser in deiner Region verfügbar ist und wie viel Fluorid da drinnen ist, damit du eben nicht deiner Zirbeldrüse die ganze Zeit dieses Fluorid gibst. Ich persönlich habe keinen Bock darauf, die ganze Zeit Kästen zu schleppen. Deswegen habe ich einen Wasserfilter gekauft und zwar die Arktis-Quelle. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Ich kann diesen Filter wirklich jedem uneingeschränkt empfehlen. Der filtert das Wasser nicht nur, sondern strukturiert das Wasser auch noch und das Wasser schmeckt einfach hervorragend. Du schmeckst diese Qualität und langfristig ist es auch günstiger und du hast einfach viel, viel weniger Aufwand mit dem Wasser. Du füllst einfach den Tank hinten auf, tust das Wasser rein, die Maschine filtert das Wasser und du kannst das Wasser direkt trinken. Und das ist wirklich eins der besten Investments, die ich jemals getätigt habe. Ich packe auch den Link dazu unten in die Beschreibung. Volle Transparenz. Ich habe eine Partnerschaft mit Arktis-Quelle. Mit dem Code WACHAUF5 bekommt ihr auch noch mal 5% auf den Filter. Ich habe den Filter allerdings selber gekauft, vor zwei Jahren selber getestet und als ich gesehen habe, dass der Wasserfilter so gut ist, habe ich gesagt, okay, ich möchte eine Partnerschaft mit Arktis-Quelle eingehen. Ich empfehle grundsätzlich nichts, was ich nicht selber auch gut finde und selber getestet habe und ich habe wirklich unglaubliche Anfragen bekommen, wo ich wirklich für ein paar Sekunden mehrere tausend Euro bekommen hätte. Aber das ist einfach nicht authentisch für mich und ich werde auch hier nie etwas auf dem Kanal empfehlen, was ich nicht selber gut finde und wo ich dahinter stehe. Schau einfach, was aktuell in dein Budget passt und dann kaufst du das beste Wasser, was eben für dich aktuell möglich ist. Du kannst nur mit dem arbeiten, was du aktuell hast, deswegen mach dich auch nicht fertig, wenn du noch nicht in der Lage bist, das beste Wasser, das beste Essen und so weiter zu kriegen. So und das beste Mittel, um das Fluorid, was bereits in deinem Körper drin ist, auszuleiten, ist das Borax. Ich habe schon oft über Borax auf meinem Kanal hier gesprochen. Borax ist unglaublich günstig, aber sehr, sehr effektiv. Wenn du dir eine Packung Borax kaufst, das hält einfach für mehrere Jahre. Du brauchst einfach nur ab und zu die Erhaltungsdosis zu nehmen und es wird sehr, sehr effektiv deine Zirbeldrüse entkalken. Und wenn du all diese ganzen Punkte beachtest, also aufhörst, Leitungswasser zu trinken und eben Glasflaschenwasser kaufst, wo nicht so viel Fluorid drin ist oder eben in einen hochwertigen Wasserfilter wie die Arktisquelle investierst, nicht mehr Zahnpasta verwendest mit Fluorid und immer wieder mal Borax verwendest, um deine Zirbeldrüse zu entkalken, dann wirst du früher oder später unglaublich merken, wie sich dein Bewusstsein klärt, wie du mehr Klarheit erlangen wirst und du auch einfach Zugriff auf Wissen aus dem Nichts haben wirst. Und der nächste Punkt ist die Ernährung. Bei der Ernährung ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, was das absolute Richtige ist. Für den einen funktioniert das eine besser, für den anderen funktioniert das andere besser. Deswegen werde ich mich nicht hier hinsetzen und sagen, oh, ich habe die absolute Lösung. Du musst dich vegan ernähren, du musst dich Karnevar ernähren, was auch immer. Da musst du einfach selber schauen. Was ich allerdings ganz klar sagen kann, ist, wenn du darauf achtest, dass die Qualität gut ist, dass es aus einer guten Quelle kommt, du die hochwertigeren Lebensmittel konsumierst, wird es sich positiv auf dein Leben auswirken. Was für dich persönlich die besten Lebensmittel sind, musst du individuell schauen. Für manche Leute sind zum Beispiel Tomaten gut, für andere Leute sind sie schlecht und so weiter. Da kann ich dir nicht sagen, was die absolute Lösung ist. Wenn du allerdings darauf achtest, dass du so Sachen wie Chips und Fastfood und all diese ganzen hochverarbeiteten, ganz offensichtlich ungesunden Sachen nicht mehr konsumierst, wirst du merken, dass du mehr Energie haben wirst, dich allgemein einfach besser fühlen wirst, weil was du in deinen Körper reintust, wird logischerweise auch einen Einfluss auf dein Bewusstsein und auf deine Gesundheit haben. Ich persönlich zum Beispiel konsumiere so gut wie gar keinen Zucker, ich esse keine Süßigkeiten, keine Chips, all dieses ganze Zeug, sondern nur wirkliche Lebensmittel. Und der nächste Punkt, das ist ein sehr, sehr großer Punkt für viele, ist der Alkohol. Alkohol ist eine Substanz, wo ich ganz klar sagen kann, lass die Finger davon weg. Alkohol ist ein Mittel, was genutzt wird, um die Seele zu extrahieren. Überleg mal, was macht man mit Alkohol? Mit Alkohol macht man Tinkturen. Man nutzt Alkohol, um die Seele von dem Kraut zu extrahieren. Deswegen wirst du auch bewusstlos, wenn du zu viel Alkohol trinkst, weil es sozusagen deine Seele extrahiert, deine Seele wegnimmt. Und auf Arabisch bedeutet Alkohol auch so viel wie körperfressender Geist. Deswegen ist es auch haram im Islam, Alkohol zu trinken. Ich persönlich trinke gar keinen Alkohol mehr, ich habe auch gar kein Bedürfnis danach und ich fühle mich einfach so viel besser, wenn ich nicht solche Substanzen zu mir nehme, die mein Bewusstsein einfach komplett trüben und komplett vernichten. Deswegen ist auch Alkohol so gut wie überall legal und überall erhältlich, damit die Leute sich schön immer weiter betäuben und ihr Bewusstsein so niedrig wie möglich halten. Also eigentlich, wenn du mal darüber nachdenkst, sind die meisten Sachen sehr, sehr offensichtlich. Man muss sich einfach nur dessen bewusst werden und die Sachen dann aus seinem Leben liquidieren. Dementsprechend, Leute, schaut wirklich darauf, was ihr in euren Körper reinlasst, welche Informationen ihr in euch reinlasst, denn diese Sachen werden alle Einfluss auf euer Bewusstsein haben. Aber seid auch nicht zu hart mit euch. Wenn du darauf achten kannst, dass du eben die Pestizide oder das Fluorid oder was auch immer vermeiden kannst, dann vermeide es. Wenn du keinen Einfluss darauf hast, dann mach dir auch keine Sorgen. Denn wie gesagt, diese Sorgen werden dich am Ende schneller umbringen, als wenn du mal ein bisschen Mikroplastik oder was auch immer konsumierst. Heutzutage kommt man da kaum drum rum. Wie gesagt, auf das, worauf du achten kannst, achtest du, auf das, worauf du nicht achten kannst. Damit findest du dich einfach ab und genießt trotzdem weiter dein Leben, anstatt dir die ganze Zeit Sorgen zu machen. Deswegen schau, dass du so gut wie möglich all diese ganzen Gifte aus deinem Leben liquidierst, eine Umgebung erschaffst, in der du florieren kannst und dann wirst du auch florieren. Dementsprechend, Leute, wie ihr wisst, ihr könnt alles sein, haben und tun, was ihr wollt. Ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.